So hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie wir hier ein Formular, welches ich mit dem DAV Maker erstellt habe, etwas aufpeppen können und zwar von der Schriftart her. Ich habe hier ein ganz normales Formular, ein paar Felder und im Design sind jetzt hier diese Schriftarten definiert bzw. eingestellt. Hier ist es so, bei diesen Schriftarten, die müssen ja immer jeweils auf dem Computer des Anwenders installiert sein, damit es entsprechend angezeigt wird und die Schriftarten, die man so standardmäßig zur Auswahl hat, sind sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, den man eigentlich überall findet, so auf dem Windows-PC, auf dem Mac oder unter Linux. Das läuft dann immer so, dass jetzt hier wird dann zum Beispiel versucht, jetzt zuerst die Schriftart Segoi-Ui zu verwenden, falls jetzt nicht vorhandenes Areal und hier hinten wird es dann generischer Sans-Rif, da wird dann einfach eine zeriefenlose Schrift verwendet. So, wie machen wir das jetzt mit den Schriftarten, wenn die jetzt auf dem Rechner eigentlich installiert sein müssten? Nun müssen sie nicht. Es gibt hier diesen Dienst fonts.google.com und zwar habe ich jetzt hier die Möglichkeit, mir hier Schriftarten auszuwählen und diese dann extern, Style-Sheet-mäßig über einen Link einzubinden. Im ersten Schritt müssen wir uns jetzt einfach mal die Schrift aussuchen. Ich kann jetzt hier entsprechend filtern. Ich will jetzt einfach mal eine aus, die so ein bisschen, ja nicht so standardmäßig aussieht. Nehmen wir doch zum Beispiel mal hier in die Flower, füge ich jetzt hier meine Auswahl hinzu. Ich kann auch mehrere Sachen auswählen. In dem Beispiel nehme ich jetzt die zum Beispiel jetzt hier noch hinzu. So, dann sieht man hier unten, Two Families Selected. Da kann ich dann drauf gehen und dann sehe ich hier auch schon den Code, mit dem ich dann das einbinden kann. Wir nehmen jetzt mal den ersten Code hier, den markieren wir und dann kopieren wir den, wechseln dann zurück im DAV-Maker. Wenn ich jetzt schon eine fertige HTML-Datei habe, funktioniert das im Prinzip genauso und öffne ich die mit einem Texteditor und mache damit die Bearbeitung. Hier gehe ich jetzt auf Erweiterte Einstellungen und hier wähle ich jetzt das HTML-Template aus und füge dann das hier im Head-Bereich ein. Das sieht dann ungefähr so aus. Wie gesagt, im normalen Editor, fertige HTML-Datei, füge ich das auch dann ungefähr so an dieser Stelle, ungefähr so ein. So, das Ganze bestätigen wir mit OK und jetzt müssen wir hier noch diese Schriftart im Design festlegen. Da wechseln wir hier nochmal zurück und sehen dann jetzt hier unten die Einstellungen, die wir hier, wir markieren das jetzt hier. Im DAV-Maker brauchen wir dieses Semikolon am Ende jetzt hier nicht. So, das habe ich jetzt kopiert und das will ich jetzt als Schriftart für das Formular hier verwenden. Und die andere Schriftart hier, dieses Gloria, das kopiere ich auch und füge das dann hier ein. Und ja, wie gesagt, ohne den Semikolon am Ende. Wenn ich jetzt das Ganze schon in der Fertigen hat, dem L-Datei habe, dann füge ich das einfach hier im CSS-Code ein. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel meine Überschrift jetzt hier und da definiere ich hier diese Front Family und dann gebe ich das eben hier so ein. Man sieht hier, hier brauche ich das Semikolon an der Stelle. So, wenn ich jetzt auf Vorschau gehe, dann öffnet sich unsere Seite und wie man sieht, hat dann das Formular die Schriftart, die wir jetzt ausgewählt haben, auch in den Feldern. Wie gesagt, muss jetzt nicht unbedingt ein Formular sein, sondern kann auch eine beliebige HTML-Datei sein. Da funktioniert das natürlich genauso. Ja, und so kann ich eben recht schnell da mir schöne Schriftarten aussuchen und die dann einbinden. Natürlich muss man auch erwähnen, dass natürlich Google da so ein bisschen auch die Daten natürlich sammelt. Das heißt, der Aufruf jedes Mal, wenn jetzt meine Seite aufgerufen wird, erfolgt natürlich dann einen Zugriff auf Google. Und da erlaubt es natürlich Google da so ein bisschen Auswertung zu machen, was für Benutzer sozusagen auf meine Webseite zugreifen. Und natürlich auch die Ladezeit, da hier wirklich eine Schriftart nachgeladen wird, geht so ein bisschen höher. Also da muss man auch so ein bisschen abwägen, ob es einem so wert ist. Ja, das war's.